Mit dem Supercharger bringt Riese & Müller für 2018 ein neues Modell mit vollständig im Rahmen integrierter Doppel-Akku-Technologie. Zwei Bosch PowerTube-Akkus mit insgesamt 1000 Wattstunden sind komplett im zweifarbigen Rahmen untergebracht, womit auch bei diesem Modell eine doppelte Reichweite möglich wurde. Das Supercharger gibt es als sportlicheres Mountain mit Fox Luftfedergabel. Und als alltagstauglicheres Touring oder GX mit Gepäckträger und Codeschützer. Erhältlich ist das neue Modell ab Oktober 2017 zu Preisen ab knapp 4.600 Euro.